Hey Ben, wie läuft's denn mit deinem Sommerfest für die Flüchtlinge? Das interessiert dich. Ja klar, schieß los. Scheiße. Tom hat mich mit der Arbeit sitzen lassen. Das Fest findet in einer Woche statt und ich muss alles organisieren. Das Essen, die Getränke und ich hab noch keine Band gefunden. Ach was, das wird super. Ich kümmere mich um eine Band. Ich kenne ein paar Musiker und da findet sich bestimmt jemand. Und ich kann auch noch mal mit Tom reden, wenn du magst. Ehrlich? Würdest du mir helfen? Klar. Hey, ich hab bei meiner Ausbildung in Frankreich mit fünf Leuten in einer WG klarkommen müssen. Und außerdem habe ich dort in einem Jugendzentrum einen Weihnachtsmarkt für 50 Kids organisiert. Ja, du hast richtig gelernt mit anderen umzugehen, oder? Na, aber hallo und wie. Naja, das Leben wäre ja auch langweilig ohne Herausforderungen. Boah, die hat sich früher nie für meine sozialen Projekte interessiert. Gespür im Umgang mit anderen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ohne Angst auf andere zugehen zu können, ermöglicht es, andere und deren Situation besser zu verstehen. Vorurteile gegen mich oder über andere abzubauen. Seine Ausdrucksweise anzupassen. Besser überzeugen und verhandeln zu können. Neuen beruflichen und persönlichen Perspektiven begegnen zu können. Was ist die�ah? Bis zum nächsten Mal.